Code Nuts Oh shit Das Show ist schon super cool Ach, Hammer Bobo push Richtig geil, Indiana Jones Top Gun, Top Gun, oh shit Gar nicht geachtet habe Oh shit Nein, nein, jetzt ist Top Gun, ja Super cool gemacht Oh shit Schuhe sie, schuhe sie Schuhe sie, schuhe sie Ja, mach erst der Turbo Aber vor uns, vor uns Hinter uns Hier ist ein Maneuvers Aber ist auch kein Blatt Clear off, clear off Wir brauchen clear off Clear off We got more trouble ahead Die Musik We got more squirrels behind us Eppisch, ne Nice one, mate Also, Party heute Abend Da will ich aber da zurück Bumpsen, mein Freund Verstehst du, Spahn Oh, this is escalating quickly Ja, da hat er auch Wir haben hinter uns Oh Gott, nein Wir sind raus, Party Oh shit Alter, jetzt mein Freund Jetzt hast du dich aber mit dem Fallschlag gelegt Ja Ja, 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 ja Ja, Pani du musst sagen Ah! Ich miss... Achso, ich muss fliegen hahaha Er klappt zu mir Ach lol Ich habe... Ich habe mich zurückgelernt Hahaha Ich wollte im Fallschauen Braven? Hey, nein Make it easy, Mei Wer kommt auf sowas? So cool, ey Oh shit das ist echt schwer wäre es nur krass gewesen und fatality gekommen wer das ja das kommt nicht mehr raus Wie geil ist das denn, ey? Lucky deck ist ein 9. Oh, oh. Oh, Bounty. Ich saß ja heute Abend, wirst du... Oh, okay. Oh, Gott, das muss noch... Von der Musik her, wie so Indianer-Jones. Ich finde es schön, wie die Hose so flabbert. Ich sehe das gar nicht. Du siehst das genau das gleiche Bild, oder? Ach so, die Unterhose. Ich dachte gerade die Hose von dem... Guten Morgen, Bonnie. Ja, 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 ja. Also, okay, hast du wieder gepennt? Schon wieder am Fahrrad, ich will. Ich glaube, die fahren nicht so gerne Fahrrad. Well, they shouldn't have stolen from us in the first place. Oh, I'll never look at the school the same way again. Oh, oh. Das warst du. Nee. Du warst nicht bei mir drüben. Na klar, du warst schon wieder nicht drüben. Ja, das kann ja nix. So, ab durch den Gemüse, ja, hier. Oh, oh. 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 Was für jüngle sind wir denn jetzt geladen? Ja, wahren. Schon wieder ein Baumhaus. Die Garage, oder? Da müssen wir ein Klappel recht. Oder hätten wir links? Das war gar nicht knapp. Geh mal ins offene Fenster. Na klar, direkt rein in die Olga. Hey! Oh, sie macht ein Mittagsschläfchen. Ach nee. Hallo? Die Kleine wird da denken. Niemand rede mit mir. Hast du wieder den Kopfschmerzen? Okay. Ich werde dir nicht beurteilen. Aber wenn du besser fühlst, vielleicht können wir mit Moonbaboon wieder spielen. Und alle anderen Spaces-Twee, die du für mich hast. Wir haben nicht mit ihnen in einem langen Zeit gespielt. Die tut mir so leid. Oh, und ich habe mit dem Vater gesprochen. Ich glaube, er will, dass du zwei Freunde wieder Freunde werden möchtest. Ich wollte nur, dass du es wissen willst. Scheidungskinder sind echt am Arsch. Ja gut, sie sind noch nicht geschehen. Nee, aber das ist echt scheiße. Fühlig. Wir hoffen, Spaces-Twee. Wir reißen das jetzt raus. Heute Abend ist Party auf der Couch. Alle drei zusammen, okay? Wir müssen für die Familie kämpfen jetzt hier. Ich weiß es, ich bin ein Scheidungskind, by the way. Ich weiß es, sie ist gut. Ich liebe sie. Ich meine, sie ist wie nichts passiert. Danke, Herr Schäubert. Wir gehen mit ihr. Ja, aber wir sollten sie sich beherren. Wir wollen sie nicht schocken. Sie sagen, ich bin zu schocken. Nein, nein. Ich sage, sie wird schocken wenn sie uns sehen. Ich meine, wir sehen uns. Wir haben ein paar Dörren. Ich weiß, was ich? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, sie ist nicht mehr so weit davon entfernt. Bitte? Ich glaube, sie ist nicht mehr so weit davon entfernt. Mhm. Hey, Barney, bist du da? Ja, 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 ja. Okay, ich komme. Wirst du in Zimbabwe rauchen, oder? Ja, Timbukostan. Hier gibt es noch ein Minispiel. Das ist. Tanserbrüder. Looking forward to blowing you up. Your first hit's on me. You won't hit a thing. What the fuck? Ach so. Oh God. No. Perfect strike. The fuck? Das ist nix für mich. Da muss man predikten, wo es hingeht. Easy game. Hast gewonnen. Das ist nix für mich. War is bad. Make love, not war, baby. Das ist jetzt gerade doof, finde ich. Oh, was ist das? Lavaland. Hey, der kann ich alles bissle drücken, ey. Hey, Lightshow. Baby flashlight on is better. Lights out. Nee. Das ist nix für die. Das ist nix für die. The way out. Da. Da. Das ist ein sehr schönes Easter Egg. Oh, hier gibt es da noch was. Ui. Oh, so ein Stündchen würde ich, glaube ich, noch machen, Barney. Ich habe heute echt mit Müdigkeit zu kämpfen. Ich bin voll in der Seile, ey. Okay. Astro. Oh, Warplay, lovely. Ach so. Oh, it's got something to do with hacking. Override, oder? Ja, oder? Mega gehackt, ey. Ich muss hier. Ah, verbinden. So hackt man also. Nee, dazu zu hacken. Oh, die. Äh, what the fuck? Ah, ja. Am Mund. Oh, du Hekadoo, Barney. Äh. Oh, shit. B. Du musst E drücken. Mach hier. Oh, was ist passiert? Ich weiß, aber ich mag es nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Der ist es, Chris. Oh, oh. Wo? Wo? Wo sind wir? Wo? Wo sind wir? Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, boom, babboon. Wie kennst du mein Name, Traitor? Weil ich dich in den Spacemuseum. Lüge! Lüge! Du hast mich in den Spacemuseum und kommissioniert mich für eine besondere Mission. Ich bin der einzige, der kann die Rose aus der dunklen Seite des Universums. Wir sind auch für die Rose, als ihre Eltern, wir... Stopp Lüge! Ihre Mission ist, um sie zu schreien. Wir brauchen wirklich die Teile. Die größer, die größer. Die größer, die größer. Welcher Planet bist du von? Nein, 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 nein. Es ist ein Verständnis. Wir brauchen nur ein paar Tears von Rose. Du wirst nicht einen Teardrop aus der Rose. Du wirst hier immer noch niemals. Für immer? Er hat einfach gesagt, für immer? Oh mein Gott. Ich bin der Schnapp. Was soll ich gehen? Was soll ich gehen? In Spacemuseum? Niemand kann dich hören. Oh, für Gott, Cody! Don't du dich, wir sind in Spacemuseum. Wo, wo sind wir? Wir hören, Rose und ich haben mit ihren Spacemuseum so viele Mal gespielt, ich muss sie finden. Oh, hier sind sie! Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir hören euch alle für euren Support und eure Unterstützung. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss aus. Peace. Scheisse. Brauche Kaufentscheidung. Watch Dogs Legion oder Cyberpunk? Die C hob, die C ist. Defying the laws of gravity. Was? Na klar! Wie kommt ihr euch alle coolen Gadgets? Weil ich cooler als du, Cody. Also ich finde mal eins cooler ehrlich gesagt. So Kack wie so Kackschuhe. Nächste Mal, kannst du Rose nicht einen crazyen Spacemunkei kaufen? Sie war derjenige, der ihn auszupackte. Ja, und du hast ihn bezahlt. Rrrr, rrrr, rrrr. Er war nur protecting. muss ich ding machen was dann Du musst dich groß machen. Lüge doch nicht. Lüge doch nicht. Jetzt musst du hier rein. Ja, entschuldig. Du wirst auf einmal heilig ab. Nee, hab ich doch gar nicht gesagt. Achso, ich muss drauf bleiben, glaube ich. Wer denn, Arscon? Wow, was ist passiert? Es sieht aus wie ein Kind von Forstfeld. Lass es fahren. Aber wir wissen nicht, wo es geht. Vielleicht nimmt es uns aus hier. Komm mit! Aber da unten hat es noch was. Hier ist ein Feichner, ein Spiel, die sich... Äh, oben bist du? Hier unten drin. Ja, hier gerade. Da genau, hier. Hier, hier, hoch, hoch. Hier sehe ich mich. Extra groß gemacht, weiter. Ja. Oh mein Gott. Das war sehr intensiv. Oh mein Gott. Was ist denn das alles? Oh Gott. Lade auf eine Plattform. Das wird mir sein. Ja. Das Schöne ist immer mir. Ja, die Schöne ist immer mein Ding. Das ist es! Cool! Bitte! Ja! Ja! Ja, wir haben wieder meine wegnehmen. Wir haben gar nicht gecheckt am Anfang. Easy game! Ja? Hä? Also da bist du jetzt auch mal gezeichnet! Ja, wie gesagt. Am Anfang habe ich mich noch gross gemacht. Dann kannst du nicht recht springen. Ich habe gedacht, ich habe einen Vorteil. Ich glaube aber... Äh... Ich bin hier in so einem Lachen. Ah! Oh, wir kommen zuerst! Komm mal ins Gleiche! Oh mein Gott! Now that... was one hell of a ride! Hallo! Oh shit! Ja, das weiß ich auch richtig nicht. Ja, das weiß ich auch richtig nicht. Äh, ich glaube ich bin da. Okay. Ja. Wie dreht man sich denn um? Einfach hoch springen und umdrehen. Hoch springen und umdrehen. Ich weiß nicht wohin. Na... Du musst da in die Mitte rein. Genau. Da rein. Da ist noch ein roter Planet hinten. Da, wo die beiden Dinger in der Luft hängen. Da musst du... Nice! Kann auch nichts sehen. Oh shit! Das ist mal Panik drücken. Oben ist auch ein Roboter. Ah, ich kann mehr gross machen. Hier kannst du sicher hoch, oder? Nee, bringt nichts, oder? Äh... Ja, die musst du jetzt zu mir hier schieben. Okay. Einer... Umgekehrt, oder? Die hier nach drüben. Das war einmal nix. Okay, jetzt. Ja, ich bin gleich da rauf. Das ist rüber, oder? Ja. Ist hier irgendwo, um mich da oben zu holen? Ich arbeite an dem. Gib mir einen Moment. Wait. Ja. Ja. Ah, warte jetzt. Kann ich hoch. Oh. Äh... Oh. Awesome! We're getting the hang of this! Don't fall now! I can open! Easy! Easy! Nice! Achso, lol. Nice! Wahrscheinlich ins andere, oder? Genau. One portal down, two to go! Yeah! We got this! Oh Gott. Was? Was? Achso, das ist hoch. Hey, Space Lady! How's it hanging? Takes some getting used to, but I'm alright! Okay. Ups! Profis! Doppelsprung, oder? Oh shit! Ich will mich ducken. Haha! Haha! Habe mein Hirn gerade geschlafen ist. Ich habe gemerkt, dass ich mich ducken muss. What? One day you'll get moves like me, mate! Sehr gut haben wir mich, he? Ja! Weil die sind schwer und so. Ah! Mini! Ja! Ups! Eeeh! Hier kann ich nicht. Hier! Hä? Wir müssen beide gleichzeitig machen, glaube ich. Also, du vergesst mit dem. Oh oh. Aber du wärst dann in den Laser geschossen, oder? Ja. Also, ich darf nicht so fest. Was? Wär zu. Nice. Äh. Achso. Oh Mann ey. Okay. Ah. Ne. Äh. Äh. Wait no! My world's red is dead man! Oh relax. Rose, can buy you another one! So kann ich jetzt nicht groß machen. Du musst rechts, links an der Wand springen. Achso. Ja, ich bin glaub langsam. Bist er auch durch? Oh lol, what? Was ist denn das? Ah, wie klar. Ich muss mich da glaub ich ranhängen. Wie cool. Ja, super. Ja, super. Uh. Oh god. Ja, okay. Ja, okay, das ist jetzt anders fancy. Ey man hat mit dem Trailer schon echt viel gesehen, ne? Ja, aber... Das ist echt crazy wie viel noch extra da ist. Äh. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Ah, ist schon. Welches müssen wir jetzt rein? Da so ne Sterne, ja. Ja. Achso. Ja, ich dachte man kann da... ...rutschen. Äh. What the fuck? Ah so. Nein! Ah. Das war die falsche Richtung. Warum weh? Ah. 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 Ah, Mann! Ich Idiot! Also das hab ich als Kind besser hingekriegt. Ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020